Aber hast du das Video dir angeguckt vom Sascha? Ja, ne? Ja, ja, natürlich. Wie er reinlökt in die Kamera. Wollt ihr, wie sie wieder weggeht. Aber ich finde es schade, dass sie ihn bei der Nominierung vorgeschlagen haben. Ja. Das dachte ich mir so. Aber es tat ihm generell gut, die Aftershow-Party. Definitiv. Denke ich mir auch. Er wird da Kontakte geknüpft haben, was da Zeug hält. Ich gehe wieder Sandbogen bauen. Ich habe dir was im Chat geschrieben. Schnell. Von Undercover, ne? Ich hatte mal so ein richtig, richtig geiles RP. Nein, das haben die nicht. Mann. Du hattest heute RP? Ja, guck mal da. Das kam bei raus. Heute Hoch... Ne, Geburtstag. Hab's im Team Spie gepostet. Wir haben uns sogar getroffen. Wir uns? Ja. Du warst auf einem... Was? Jetzt kann ich dich nicht mehr heiraten, oder was? Ich kann es nicht mehr so. Ich warte ja immer noch. Ja, du warst nicht da. Ja, ich bin dir heute dreimal begegnet oder so. Du musst sie suchen, Teil. Ich hatte heute so eine andere und dachte so, ey, wollten wir nicht heiraten. Und sie so, Hilfe, wie du bist. Das war zu gut. Ich hab gesagt, magst du Zitronenbäume, hab ich gesagt. Ah ja, oder sowas, irgend sowas. Aber mein Name ist sehr praktisch. Egnarisches Geschöpf! Aha, aha. Aber mein Name ist auch voll praktisch. Ich war Yachtfarn und da haben wir uns getroffen. Und dann haben wir uns getroffen. Und dann haben wir uns getroffen. Pass ich jetzt weghauen von... Scheiße, da ist ein Schütz, okay. Da hab ich versucht, es kaputt zu machen, aber das geht irgendwie nicht. Der repariert das wohl gar nicht permanent. Ich hab meine Ulti-Ready, nur weil ich auch den Schütz gekossen hab. Oh, böse. Er hat jetzt schon Ulti mit seinem Geschütz. Er hat eigentlich jetzt schon Ulti, ey. Ich hab auch schon Ulti. Ich bin auch Torbjörn. Geh rauf, oder was? Oben links, oben links, weiter durch. Hanso, One-Shot. Was? Alter, der hat jetzt noch Kappi. Ja, oben die Widow und es hat der... Ähm, nach... ...Hallo, Achenso. Pass auf, Willi. Weißte, sorry, bei... Ja, Mann. Ihr müsst... Ihr... Hält ihr denn alle? Ich pick gleich was anderes. Hätte ich jetzt keine 90%. Sorry. Ach, nöööööö, ich wollte ihn doch rum. Nöööö, ich wollte ihn doch rum. Nöööö, bist du auf Kau, oder? Nach Projekt. Lass doch nicht von Genji hinten wegpimmeln, ne? Ah, what the f... Oh, come, man. Oh, come, yo. Und ich gehe in den Affe rein. Ich gehe in den Affe rein. Es wird auch down, oder? Einer weniger. So, nur probiere auf... Geschützt, down, mit der Affe rein. Gehe mit Affe rein. Hanso down, rein jetzt. Bin drin mit Affe. Gehe mit down, geht alle rein. Genji ist drin. Down. Aufstehen. Jo, lebe. Schild steht. Meine Fresse, was drücke ich? Klar geht der Helm. Okay, haben wir. Egal, ich habe sie weggefuscht. Das heißt, ich weiß. Haut aus, drin. Taiho Luft. Wir fangen jetzt mal rein. Geschützt, voraus. Vorsicht. das gegnerische geschützt wird uns nicht mehr nervt ich hab äh hier äh reds ready aufstehen schütz fast down ich bin down level 3er geschützt gerade gab wegen ulti ja ihr habt ihn halt aufbauen lassen er hat man neu aufgebaut mit ulti naja das geht halt aber extrem schnell wenn man schnell genug reagiert hätte ja aber woran kann das liegen ich gehe jetzt gleich wieder mit schild drauf als affe weiß ich irgendwie nicht hast du den teil ok der ist tot der ist tot warte ich gehe drauf schild steht links steht schild steht die haben jetzt mit double widow zu kämpfen ja wir müssen wirklich einfach drauf ragen wir brauchen was zum attacken noch also mein ulti ist auf 70 prozent wenn ich das ready haben können wir nochmal mit alle mannen direkt drauf ok er hat schon ulti rausholen was cool für wen denn gerade für gar keinen genji ist hinter euch jetzt ist er tot ich sterbe auch gleich ja komm mal ein stück zurück dann kann ich mich zu dir zurück man treffe ich den jetzt nicht mehr wir haben zwei genji's lol ja sind böse hier wir müssen dann wirklich jetzt versuchen an spot zu kommen ach ich gehe jetzt gleich von links mit affe drauf ich hab ich sag bescheid ich sag bescheid ich bin drauf ich bin drauf schild steht schild steht alle sind los komm drauf komm drauf komm drauf geschützt ist kaputt draufstehen nice reds auf jetzt drauf jetzt drauf auf jetzt drauf jetzt drauf kommt drauf kommt drauf kommt drauf schild steht der hat ulti geschützt aufpassen ja ja komm ich komme dazu in meine ulti vorsicht moin fixi oh tschuldigung ah ich idiot wir bräuchten einen zweiten tank damit wir besser drauf kommen ja ich switch jetzt ich gehe auf diva und dann gucken dass wir das geschütz so schnell wie möglich wegkriegen okay ich spring jetzt gleich mit affe drauf ich hab das geschütz geht drauf ich hab das geschütz geht dann da drauf wenn das geschütz weg ist der baut dieser neue der baut dieser neue der baut dieser neue hinter euch hinter euch arzo ist auch down ich hab gleich wieder füllt füllt steht gut gemacht okay haben wir alter diese widow shots am anfang eben die waren so also für mich nicht im high content aber für mich waren die so sick alter weil ich normalerweise nie getroffen habe mit der hure jetzt hat so ein behinderter fotzenzwerg mein highlight geklaut wer spielt den affen bitte ich bin ja nicht hoch gekommen weil ich kein schiff hatte und ich wollte das geschütz kaputt machen und dann chillt doch und ich springe halt und springe und denke nur scheiße liegt da vielleicht eine lust ja 4.000 alter was ist denn da los ich hab 5400 geblockt und das mit dem affe entschuldige ist auch noch keine kunst doch doch doch